so hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge metal blob solid wir fackeln hier jetzt gar nicht lange legen einfach los so das hier geht jetzt irgendwie relativ gut was geht mit dem hey wow okay das war die geschichte das eine ging ja recht fix aber der abschnitt der ist echt übel der ist echt richtig übel aber wir fackeln hier nicht lange wir probieren das jetzt einfach ewig so weiter ich glaube ich ich hoffe ihr könnt es mir verzeihen wenn dann 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 jetzt ist klar was ich machen muss das heißt nicht dass es einfach wird aber es ist zumindest dann dann Schnauze 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 Die Dinger sind echt übel, das ist unglaublich. 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 Die Dinger sind echt übel. 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 Die Dinger sind echt übel, das ist unglaublich. Die Dinger sind echt übel, das ist unglaublich. Die Dinger sind echt übel. Und ich lauf natürlich voll in die Dinger rein. Das ist ja so klar. Die Dinger sind echt übel, das ist unglaublich. Oh je, das wird wieder nix. Ich brauche nämlich schon wieder. Ich brauche nämlich schon wieder irre viele Gesundheit. Und das bedeutet, dass ich das natürlich wieder lassen kann. Also eigentlich muss ich ganz übel. Also eigentlich muss ich ganz übel. Das heißt, wie es weitergeht. Das heißt, wie es weitergeht, werden wir ja erstmal in der nächsten Folge sehen. Und ich weiß jetzt wenigstens. Und ich weiß jetzt wenigstens, was ich tun muss. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich befürchte allerdings, dass nach diesem Dingens noch eine dritte Ebene erfolgt. So habe ich das nämlich in Erinnerung. Nun gut. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind erstmal so weit, dass wir jetzt diese Karte erledigen müssen. Und sei es drum. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Abend und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.